Spannend! Spannend! Aber ich habe mir gedacht, ich teile, oder wie man so schön sagt in Englisch, ich share mal meine Gedanken, meine Sorts mit euch und gebe vielleicht einen Ausblick, was ich gerne an der Kamera testen möchte, wenn ich sie dann in den Händen habe. Da wollen wir mal schauen. Ich habe aber ein bisschen Frosch im Hals. Moment, ich muss mal gerade auf Ton ausschalten. Spannend! Wie ist denn der Ton? Könnt ihr mir da mal ganz kurz mitteilen? Wie gesagt, ich erwarte auch jetzt nicht keine große Zuschauerzahl heute, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, haut die unten in den Chat rein oder könnt euch auch gegenseitig austauschen. Dann habt ihr die Präsentation gesehen. Wir können sie uns auch mal ganz kurz nochmal angucken. Das machen wir einfach mal ganz kurz. Und zwar machen wir mal kurz den Screen aus. Und ich gucke da mal. Vielleicht mache ich den Ton besser aus. Und dann gucken wir mal. Das ist natürlich alles immer sehr schön dargestellt. Und da haben sie mit Sicherheit die besten Producer am Werk. Interessant wird es einfach erst, wenn wir so eine Kamera im Real Life testen können. Ich habe schon zwei Videos gesehen, wo sie so ein bisschen im Real Life getestet worden sind. Und ich würde das natürlich in meinem Out-of-the-Box-Vlog natürlich auch machen. Die Frage ist nur, wann bekomme ich sie? Das steht noch in den Sternen. Ich muss mal schauen. Unter Umständen kaufe ich sie mir vielleicht selbst hier in den USA. Ich würde das mal mit Insta360 abchecken. Denn da gibt es wohl zumindest die Bereitschaft, mir eine zu schicken. Und dann gehe ich auch mal davon aus, dass ich sie so schnell wie möglich bekomme jetzt nach Release. Ja, vielleicht mal ganz kurz. Gehen wir einfach nochmal von vorne an die ganze Geschichte ran. 8K. 8K ist natürlich echt interessant, denn das ist ja immer der Fuß, also immer die Einschränkung gewesen bei 360 Grad. 5,7, 360 Grad sind ja maximal Full HD, wenn man sie rausrendert in 16 zu 9 bei 8K. Bekommt man, ich glaube nicht 4K hin, aber schon mal so 3K in der Richtung, ohne das jetzt mal genau zu wissen. 3K kriegt man schon auf die Reihe und das wird sehr interessant werden. Ja, aber genau das bei Webinarian Sky Pixels ist das, was man bei der 360 Grad Kamera machen muss. Man muss grobben, man muss sich den Ausschnitt aussuchen, wenn man, sagen wir mal, hinter sich oder sonst wo irgendwas gefilmt hat. Und dann ist natürlich die Auflösung einfach Gold wert. Hier fragen eine ganze Menge nach einem neuen Sensor. Ja, der Ronny hat sich die X2 schon bestellt. Und wir gucken uns doch einfach mal die Specs an. Habe ich doch auch hier irgendwo ein Ding offen? So, oder da ist doch schon ein Vergleich, aber gucken wir uns doch einfach mal an, was sie so hier im Vergleich die Insta X4 und die Insta X3. Und da haben wir bei 360 Grad Video ganz klar die 8K 30 und die 5,7K 60 und die Insta X3 hatte da 5,7K 30 und das ist natürlich ein immenser Schritt nach vorne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich ein bisschen, dass Insta X3 das so schnell geschafft hat, dass sie 8K in so eine Kamera integrieren. Und das wird natürlich auch die Frage sein, wird man mit 8K, wie lange wird man mit 8K filmen können? Gibt es da ein Hitzeproblem, gibt es da kein Hitzeproblem? Bis jetzt ist natürlich nichts bekannt am Releasetag, aber auch das werden wir schauen. Und nein, da wäre es bei Pixels, hätte ich gerne getan. Ich hätte allerdings auch wirklich gar keine Zeit gehabt, weil ich Besuch von der Family hatte und von Holger. Bei Holger hätten wir sie natürlich testen können. Ich bekomme sie aber, beziehungsweise werde sie mir auf jeden Fall besorgen, weil ich nutze die X3 ja auch intensiv. Und die ist schon eine super Kamera, die X3. Und wenn die X4 dann diese Verbesserungen hat, dann werde ich sie mir definitiv holen, kriege ich sie nicht geschickt, werde ich sie mir kaufen und dann für euch testen. Aber das wird ein bisschen dauern, denn da werde ich mir Zeit lassen. Also ich werde jetzt nicht ganz schnell irgend so ein Ding raushauen. Ja klar, wir machen einen Out-of-the-Box-Flog, das machen wir immer. Und dann werden wir aber mal genau richtig in Ruhe die X3 gegen die X4 antreten lassen. Aber wann das sein wird, kann ich euch noch nicht sagen. Vorher sind erstmal auch ein paar andere Videos geplant, wie eine Vlog-Reihe mit Holgers Besuch hier in Washington und so weiter und so fort. Also gucken wir doch nochmal weiter hier rein. Und zwar 360 Grad Video, 8K30. Dann haben wir bei 360 Grad 4K100 Frames Position und 3K100. Also die Zeitlupe ist auch nochmal verbessert worden, anstatt 3K, 4K. Die Megapixel sind gleich geblieben mit der KI-Rauschunterdrückung. Und dann eine entscheidende Änderung für mich als Vlogger. Und zwar ist das hier die 4K60. 4K60 beim Single-Lens-Mod. Und da muss man sagen, jetzt kommen wir schon in den Bereich der Action-Cams rein und mal sehen, wie die Qualität. Man hat bei der X3 doch schon noch den Unterschied gesehen, ob man 4K30 mit der X3 oder mit der Ace Pro geflockt hat oder auch mit der Action 4. Aber hier 4K60, wir werden sehen. Gestensteuerung, Laufzeit 135 Minuten ist natürlich brachial. Und ob das bei 8K der Fall ist, werden wir auch... Ah, Moment, nein, es ist nicht bei 8K, sondern bei 5,7K30. Aber wie gesagt, 8K ist auch massives Bildmaterial. Zum Linsenschutz. Ja, da haben sich auch was einfallen lassen. Da gibt es jetzt einen aufschraubbaren Linsenschutz. Und das ist natürlich eine coole Sache. Mit einer Glas-Verarbeitung. Das heißt also, unter Umständen wird die Qualität, wenn Linsenschutz draufgepackt wird, nicht mehr so extrem schlechter wie bei den alten Linsenschutzdingern. Flow-State, unsichtbarer Selfie-Stick. Ja, okay. Also, wir können mal die technischen Daten... Gucken wir uns mal an. Nochmal. Von der X4. Hier, 8K bei 30, 25 und 24 FPS. 5,7K bei 30, 25, 24 FPS und 60 FPS. Dann im Single-Lens-Mod 4K, 60, 50, 30, 25, sogar 4K 100, sehe ich gerade hier. Quatsch, das ist im 360-Grad-Modus. Und im 4K-Einzel-Modus 4K, 60, 50, 30, 25. Also, da ist so alles im Bereich. Und jetzt haben wir den Ich-Modus. Das ist dieser Vlogger-Modus. Der war früher nur in... Ich glaube, bei den technischen Daten, Moment, bei der X3, da habe ich ja auch die technischen Daten. Ja, definitiv ist der jetzt in 4K. Der war früher maximal die Hälfte oder ich glaube sogar noch nur in Full-HD. Fotoauflösung, 72 Megapixel und so weiter. Die ganzen Sachen, die Akkukapazität ist aufgestiegen. Die Ladedauer 80% in 38 Minuten. Wasserdicht bis 10 Meter. Ja, ja, das ist sehr interessant. Ich schaue jetzt aber mal in die Kommentare und dann gebe ich euch mal meine Einschätzung, ohne dass ich das Ding in der Hand gehalten habe. Ist natürlich sehr interessant, eine Einschätzung zu hören, wenn man sowas noch nicht getestet hat. Aber heute muss ich das leider mal machen. Hitze wird ein Problem. Genau, die X4 ist ein bisschen größer geworden. Das ist wahrscheinlich geschuldet der Hitzeentwicklung. Ich habe übrigens gehört, dass es jetzt auch H.265 als Codec gibt, der ein bisschen platzsparender ist. Und den Nutze ich ja eigentlich immer bei der Videobearbeitung. Genau, Holger. Nee, ich habe noch keine bekommen, aber ich hoffe, dass bald eine zu bekommen. In der Tat ist die 360 Grad TV-Movies, die 360 Grad, also aus den zwei Linsen, müssen auch zwei Linsen, zwei Sensoren sein, die 360 Grad sind insgesamt eine Auflösung von 8K. Das heißt also, ich kroppe einen 16 zu 9 Ausschnitt raus, dann bekomme ich natürlich keine 8K. Aber man könnte nah an 3K kommen. Das müssten wir eigentlich nochmal genau testen, wie viel dann herauskommt. Ich habe auf jeden Fall Videos gesehen vom Reveal Rabbit und vom Amazing Nature Alpha, wo man die beiden mal kurz im Vergleich gesehen hat, die X3 und die X4. Und da war der Unterschied sehr, sehr deutlich zu sehen. Und das wiederum stimmt mich doch recht zuversichtlich, dass ich die Kamera lieben werde. Mal schauen. Ja, genau. Reveal Rettet hat das Ding auf Malle getestet. Ja, aber man wird natürlich, wenn man den 8K-Modus hat, nicht mehr in 5,7K vloggen bzw. filmen. Wenn man die 8K hat, wird man sie auch wahrscheinlich nutzen. Hallo Till. Ja, Till hat mich auch heute Morgen aus dem Bett geweckt mit einer WhatsApp-Message, dass er unter Umständen überlegt, sich die Kamera anzuschaffen. Vielleicht wartest du noch, bis ich das Ding getestet habe. Aber ich weiß leider noch nicht, wann ich sie bekomme. Ja, so rum 2,7K wird das ungefähr sein. Und damit kann man ja, wenn man mal die Go3 sieht, doch ganz gut arbeiten. Ja, wollen wir vielleicht mal kurz das Teil hier weiterschauen. Moment. Lassen wir es einfach so ein bisschen laufen. Und ich gucke, ja, hier wird auch ein bisschen erklärt. Für alle, die nicht wissen, was eine 360-Grad-Kamera ist. Also da wird grundsätzlich alles aufgenommen um dich herum. Und der Stick, an dem die Kamera dran ist, wird mit Software sozusagen ausgeblendet. Und man kann im Nachhinein selber, kann man dann bestimmen, welche Kameraperspektive man nehmen möchte. Ich würde natürlich auch, das wäre natürlich auch cool, irgendwo der Südsee oder aus dem Helikopter rausspringen mit dem Teil. Bei mir wird es dann wahrscheinlich eher eine Fahrradtour oder hier unten die National Mall werden oder zu den Great Falls oder ein bisschen eine Mountainbike-Phasen. Das könnte ich auch mal machen wieder. Skifahren wäre auch nicht so schlecht, aber da haben wir hier keine Möglichkeiten. Also wie gesagt, wenn ihr es dann habt, Till, lasse ich es dir wissen. Aber was ich gesehen habe, stimmt mich sehr zuversichtlich. Und der Peter tütet sich das Teil auch ein. Ja, wer es nicht abwarten kann, kann das Ding natürlich auch kaufen. Und zwar, ich habe mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ich würde aber sagen, vielleicht wartet ihr, bis ich das Ding getestet habe. Aber wer es nicht abwarten kann, einmal bitte da klicken. Kostet deshalb nicht mehr. Ja, tauchen bis 10 Meter und dann gibt es ein spezielles Tauchcase. Da wird es sicherlich auch einige Videos auf YouTube demnächst geben. Das wage ich zu bezweifeln, denn ich denke mal, dass der Sensor derselbe geblieben ist wie in der X3. Das hätten sie auch nicht hingekriegt, wenn der Sensor größer geworden wäre mit 8K. Also ich nehme mal, die haben denselben Sensor genommen wie in der X3 und haben einen neuen Prozessor reingesteckt und zwar mit 5 Nanometer Technik. Das könnte sogar der Prozessor der Ace Pro sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass dem der Sensor egal ist, der Prozessor, und die das mit KI machen. Das werden wir sehen. Ja, ein schönes Werbevideo. Und wir gehen vielleicht nochmal in die technischen Daten rein. Ich will nämlich noch ein paar Sachen wissen. Hier steht nichts über die Sensorgröße. Weitere technische Daten. Da sind wir doch. Da kommen wir doch der ganzen Sache ein bisschen näher. Und jetzt gucken wir uns mal die Sensorgröße an. Die ist ein halbes Zoll. Und da gehe ich direkt mal in die X3 rein. Und gucke mal, wie groß der Sensor ist. Der wird derselbe sein. Gehe ich mal von aus. Schreibe sicher nicht. Oder wenn, habe ich es übersehen oder sowas. Blende 1,9. Und haben wir hier für eine Blende auch 1,9. Ja, das wird dasselbe sein. Eine akkivalente 6,7 Millimeter. 200 Mbit. Das ist auch nochmal interessant. Die Bitrate. Da gucken wir mal. Und da haben wir nämlich hier die maximale Bitrate bei der X3. Haben wir nämlich bei 120 Mbit. und das ist natürlich super. Und das kommt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin echt erstaunt, wie Insta360 das so reingepackt hat. Also das ist echt großes Kino, wenn es funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Akku ist gewachsen natürlich. Ist auch ein bisschen größer geworden und schwerer. Halber Zoll Sensor, 1,9er Blende und Log Profil H.265 200 Mbit. Und das ist natürlich spürbar. Das werdet ihr spüren in der Verarbeitung. Speziell bei schnellen Aufnahmen wird es weniger Artefakte geben. Ja, USB C 3.0. Mal gucken, ob sie das auch schon hatten bei der X3. Bluetooth, da haben sie noch Bluetooth. Das neueste WLAN ist drin, aber kein USB 3.0. Und das heißt, dass die Daten von der Kamera dann wesentlich schneller eingelesen werden können. Das muss auch so sein bei 8K. Ich gucke mal in die Kommentare rein, Leute. Was haben wir hier am Start? Dein Finger zuckt. Kann man jetzt 4K? Nein. Das wird auch bei 8K noch nicht gehen. Das ist... Aber im Single-Lens-Modus hast du 4K 60. Da kannst du ja hin und her schalten. Aber das wird um die 2,7, um die 3K liegen. Da müsste man jetzt mal einen haben, der das genauestens ausrechnet. Aber hier hat, glaube ich, schon einer eben geschrieben, 2,7K wird das ungefähr sein. Und damit wären wir mal schon ein bisschen doppelt so groß wie bei Full HD. Und dann wäre die Qualität natürlich auch viel besser. Ja. Das ist eine interessante Geschichte. Wir sind mit 38 Leuten immerhin hier im Chat. Wie sieht es denn aus? Wer ist geneigt, sich die Kamera zuzulegen? Ein paar habe ich ja jetzt schon hier im Chat gehabt. Aber Bildwerk Kreativ TV, das geht auf keinen Fall. Das wären ja zwei 1-Zoll-Sensoren. Wie sollen die denn bei 8K die Hitze daraus... Da sind wir weit von entfernt, denke ich mal. Wobei, ich finde den Sprung, den die Kamera jetzt schon in anderthalb Jahren gemacht hat, schon enorm. Nein, die kann man nicht benutzen. Das ist eine andere. Das kann ich euch sagen, ohne sie schon mal in der Hand gehabt zu haben. Es ist natürlich nicht... Die X3 ist dadurch keine schlechte Kamera geworden. Also hier. Die ist keine schlechte Kamera. Für den absoluten Freak wie mich zum Beispiel oder Till oder so, ist das natürlich dann schon auf jeden Fall No-Brainer, die dann abzugraden. Aber die kriegt man natürlich jetzt auch günstiger. Wir können uns auch mal gerade die Preise angucken, fällt mir gerade ein. Gehen wir doch einfach mal in die Preise rein. Ja, im Moment sind wir bei 559 Euro und 479 Euro für die X3. Also die ist dann mal ein gutes Stück, fast ein Hunni günstiger. Und hier kostet sie übrigens 499 Dollar vor der Steuer. Aber, ja, ich bin gespannt. Also ich kann auch gar nicht abwarten, das Ding in der Hand zu haben. Ich spiele ja sehr, sehr gerne mit dem Teil. So, was haben wir hier? Die Jungs, ja, ihr werdet sie kaufen. Ja, ich werde... Ich hatte ja auch jetzt, wenn ich nicht den Kontakt zu Insta hätte, hätte ich sie auch sofort geklickt. Jetzt habe ich natürlich in Aussicht gestellt bekommen, dass ich sie geschickt bekomme. Vielleicht kriege ich dann noch mal ein bisschen Zubehör dabei und sowas. Dann macht das natürlich Sinn, das mir von Insta mal zuschicken zu lassen. Am Ende muss ich es aber natürlich auch als Einnahme versteuern für den Kanal. Deswegen ist der Unterschied nicht ganz so krass. Was wird man für eine X3 noch kriegen? Ja, was würdest du denn dafür haben wollen? Vielleicht möchte einer im Chat dir die Kamera schon abkaufen. Kannst du ja mal schreiben. Geneigt aber noch, um überlegen, was GoPro macht, mit der maximal zweimal ein... Ja, das wird nicht passieren. Es wird so schnell keine 360-Grad-Kamera mit ein... Ich sage jetzt mal, 1 Zoll und 8K geben. Es gibt ja 1 Zoll schon, glaube ich, aber halt nicht in 8K. Mal sehen. Man wird sehen. Die Entwicklung geht immer weiter. Immer schneller, höher, besser. Ja, was in Bonn, Kirschblüten. Ja, da gibt es auch so einen Spot, der sehr überlaufen ist. Das ist auch so ein Instagram-Spot. Ja, ein Trade-In-Programm gibt es nicht wie bei Apple, aber da muss man auch ehrlich sagen, Apple zahlt auch keine Höchstpreise. Ja, das ist schon klar. Aber wie gesagt, der Pocket, mit dem ich auch gerade am Streamen bin, ist eine ganz andere Kamerakategorie und man kann die nicht vergleichen. Allerdings ist die 360-Grad-Kamera, wenn die dann irgendwann eine Qualität hat, wo du einfach alles rauskroppen kannst in so einer Qualität, wie es vielleicht der Pocket liefert, das wäre ein Träumchen. Das hört sich doch eigentlich nach keinem so schlechten Deal an. X3 mit zwei Extra-Batterien, also drei Batterien und dann für 275 Euro. Überlegt, vielleicht kommt einer auf die Idee und kommt in Kontakt mit dir. Ja, gut. Wo war letztens ein GoPro? Ich hatte letztens auch wieder einen Vlog gesehen, wo die GoPro, wo der Media-Mod nicht funktioniert hat und da ist den ganzen Tag mit aufgezeichnet worden und dann ist der Ton nicht drauf gewesen. Das ist schon ärgerlich. Holger, geh noch ein bisschen arbeiten. Ich muss übrigens auch noch arbeiten heute Abend. Ich bin jetzt im Grunde genommen mit sehr wenig Schlaf hier ausgestattet. Ich muss mich gleich nochmal niederlegen. Aber wo wir halt schon mal dabei sind, wenn ihr auch noch andere Fragen habt. Ich hatte ja auch letzte Woche, war ich mal kurz beim Klaus, für den Nicht-Belialisten im Stream gewesen. Es gibt so ein paar Geschichten, die bei mir im Kopf so rumgeistern, auch Drohne-mäßig. Zum Beispiel die Avata 2, wobei die habe ich jetzt erstmal wirklich beiseite geschoben, weil ich hier nicht wirklich die supergeilen Möglichkeiten habe zum Fliegen. Ich hoffe ja, das mal in die Finger zu kriegen oder einfach mal testen zu können. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, auch von DJI-Seite. Und Till muss auch zum Nachtdienst. Till, einen schönen Nachtdienst. Ja, wie gesagt, das ist auch nur so eine Überlegung wert. Dann wollte ich auch mal noch ein Video über das neue Insta360 Studio machen. Da gibt es ja jetzt die Software, die ist ein bisschen, die Studio-Software ist ein bisschen aufgebohrt worden. Da kann man jetzt auch so ein bisschen so Videoschnitt drin machen. Das wollte ich mal testen für euch und einfach mal einen kleinen Clip zusammenschneiden, wo ich mit der X3 hier unten mit meinem Bike ein bisschen unten am Potomac vorbeigefahren bin. Da werden wir einfach mal vielleicht so einen kleinen Screen-Recording machen und eine Aufnahme. Und dann werden wir mal ein bisschen was zusammenschneiden, wie ich dann da vorgehe und wie die Software mir gefällt. Ich schaue mich jetzt noch mal. Was haben wir hier? Hallo an Frank. Wie bindest du den Chat im Stream? Ach so, das ist eigentlich ganz einfach. Ich nutze da oben in der Ecke, seht ihr, das unterstützte StreamYard. Also, das ist jetzt die Nicht-Bezahl-Version. Da kann ich in 720p streamen. Wenn du 1080p haben willst, musst du da ein Abo abschließen und kann dann alles Mögliche einblenden. Sei es jetzt hier so ein Video oder so ein anderer Bildschirm, Bilder oder sowas. Und ja, das funktioniert ganz gut. Und reicht mir für, mit euch einen kleinen Stream zu machen, auch vollkommen aus. Könnte ich mal wieder machen, ne? Wenn ich mal Zeit habe. Ich bin momentan echt viel am Arbeiten. Ich hoffe, mir stellt sie mal jemand zur Verfügung. Das wäre sehr schön, weil ich habe auch keinen Bock an die Kamera irgendwelche Adapter dran zu machen. Ich meine doch, also mit der X3 funktioniert das DJI-Mic auch. Bei der Ace Pro müsste man es mal wieder ausprobieren. Könnte aber auch mittlerweile wieder funktionieren. Ich bin übrigens gerade auch mit dem DJI-Mic und dem Pocket 2 einfach. Das ist natürlich eine total einfache Lösung jetzt hier am Streamen. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich jetzt mal hier mich groß mache. Also, da kann man mit leben. Ich habe jetzt ISO 200 eingestellt und ich habe sogar ein bisschen Hintergrundunschärfe. Gut beleuchtet werde ich hier von den schönen Zion-Lampen. Aber ja. Wie gesagt, ich habe ja auch hier... Wo ist er? Der Amazing Nature Alpha hat ja auch ein Video gemacht und da hat er mal so ein bisschen die Kameras verglichen. Ich kann jetzt bei ihr seht, ich lasse das mal ohne Ton und das kann man natürlich jetzt schlecht einschätzen hier auf dem Stream, weil er eh nur 27p hat. Aber man sieht halt schon, dass die Dynamik der X4 auch ein bisschen besser ist. Also ein bisschen besser, sogar sehr viel besser ist. Da sieht man es auch, auch ein bisschen vielleicht die Lowlight. Das könnte an der KI natürlich liegen. Ja, also wie gesagt, schon ganz cool. Und der liebe Reveal Rabbit, den machen wir auch mal an. Den können wir auch ein bisschen laufen lassen, weil der Waldemar hat nichts dagegen, wenn ich seinen Stream hier einfach so ein bisschen abgreife, weil wenn ich Produkte nicht selber direkt zugeschickt bekomme, dann auf welche Leute greife ich zuerst zurück. Und dann gucke ich mir in der Tat Reveal Rabbit als allererstes an. Bei Drohnen auch Backstage-Drohnen-Tipps und Reveal Rabbit. Und hier habe ich natürlich jetzt auch, ich schätze auch den Amazing Nature Alpha in solchen Geschichten, weil er da auch sehr analytisch dran geht an diese Reviews. Zumindest hat er das hier bei der X4 gemacht und bei der X3 auch. Und heute hat er sogar Felix Barr und ein New Review Video veröffentlicht. Also kein großes Wunder, dass ich diese Kamera diesmal vielleicht nicht geschickt bekommen habe im Vorfeld. Peter McKinn war am Start und so weiter und so fort. Also wenn ich die auch gekriegt hätte, das wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte gewesen. Aber da müssen wir halt ein bisschen warten und ein bisschen geduldig sein. Und ich bin gar nicht mal so traurig, dass ich mir das jetzt in aller, aller Ruhe reinziehen kann und in aller, aller Ruhe ein Video produzieren kann. Darauf einen Kaffee. Hm, Werbung. Werbung. So. Ja, gucken wir nochmal ein bisschen in den Chat rein. In der Tat glaube ich, dass es nicht mehr möglich ist. Ich habe es mal ausprobiert. Irgendeiner hat es letztens im Internet ausprobiert, da hat es wieder funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach ein Problem der Firmware ist. Aber das wäre mir jetzt gar nicht so schlimm. Wirklich gut wäre, wenn man die DJI-Mics mit der X4 verbinden könnte. Mit der X3 geht das. Ich habe damit auch schon gut geflockt. Das ist echt super dann. Das funktioniert klasse. Man müsste auch mal überlegen, es gibt ja noch andere Bluetooth-Mikrofone. Also die müssen halt Bluetooth können. Am besten Bluetooth 5.0 für die X4. Und wie gesagt, was ich hier so sehe, hier beim Reveal Rabbit, selbst in so Low-Light-Situationen, Ah, das ist der Single-Sense-Modus in 4K30. Der scheint zumindest mal ganz gut zu performen. Da macht er gerade eine Room-Tour. Oh, ein englisches Frühstück. English Breakfast. Oder Irish Breakfast. Wo ich auch mal ganz gerne noch drauf zurückgreife, ist, warte mal, ihr könnt ja mal gucken hier, wer alles hier am Start war, in meiner Abo-Box. Jetzt guckt euch das mal an. Zieht euch das mal rein. Fangen wir mal hier unten an, beim ersten Video. Und zwar, Peter McKinnon, dann Insta360 selbst, Mike Zominski, Brandon Lee, Amazing Nature Alpha, DM Productions, Reveal Rabbit, Potato Jet, Eat Sleep 360, Mr. Who is the Boss, der hat glaube ich irgendwie mit 15 Millionen Abonnenten, Gimbal Guru, Tamara Gabriel, Fly Pass, Air for Top-Gefree, Felix Bar, Reveal Rabbit, Young 360, I know Reveal, Kevin Dovey, und ja, kommt da noch was? Nochmal Insta360, nochmal, 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 da oben, ah, der Marc Arzt hat sie auch bekommen, oh, das ist erstaunlich, aber Marc schätze ich auch sehr, er geht auch da sehr analytisch ein, und iJust Team, naja, also, da ist jede Menge Prominenz, YouTube-Prominenz am Start, da fehle ich natürlich ein bisschen, gut, Bonn ist überlaufen, ja, ja, das ist so, das ist so, ja, also, sowas mieten kann, dann, sowas kaufe ich mir dann auch schon eher, ne, DJI hat, bezüglich Drohnen, nur das Problem, dass bei Organisationen, da gibt es wohl einen Gesetzesentwurf, wo den verboten wird, mit DJI-Drohnen zu fliegen, eine Feuerwehr und sowas, irgendwelches Hilfswerk und so, also bei den Konsumer-Drohnen gibt es da keine Einschränkungen, und das ist auch nicht zu erwarten. Hallo, Andi. Ja. Ja, Leute, wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr mich noch ein bisschen löchern, über andere Sachen. Also, wir haben eigentlich, meine Reaktionen, habt ihr ja gesehen, zur X4, ich bin schon ein bisschen gespannt gehypt, und wie gesagt, ich stelle mir nicht umsonst einen Wecker, nach der Nachtschicht, nach drei Stunden, um mir so eine Präsentation anzugucken, wenn es mich nicht interessieren würde, und ihr wisst ja, wie viel Spaß mir das bereitet, so Technik zu testen, also mir macht das immer Riesenspaß, hier durch die Gegend zu laufen, und verschiedene Sachen gegeneinander zu, ja, zu testen, und auch gegeneinander anbreten zu lassen, und ich hätte ja auch schon so ein paar interessante Einsatzmöglichkeiten, hier in Washington, mit der X4, vielleicht kann ich mal mit dem 3-Meter-Stick, so durch den Zaun, beim weißen Haus gehen, und fast bis bei Joe, auf den Essenstisch, wobei, da bin ich ein bisschen vorsichtig, nicht nur, dass mir das Teil abgeschossen wird, ne, ähm, ja, ja, also, wie gesagt, 1-Zoll-Sensor ist sehr illusorisch, 8K, ähm, in so einem kleinen Gehäuse, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich bin ja selbst erstmal gespannt, Leute, wir haben ja jetzt erstmal die ganzen Reviews gesehen, äh, da hat noch keiner irgendwas, äh, hat noch keiner Laufzeittest gemacht, die werden jetzt nach und nach aufpoppen, und, ähm, wie gesagt, ich werde jetzt auch meinen Kontakt bei Insta nochmal anschreiben, ob sie mir ungefähr sagen kann, äh, wann die bei mir eintrifft, äh, und, äh, dann kann ich euch vielleicht das auch über Instagram ein bisschen mitteilen, all dieweil, äh, habe ich aber natürlich auch noch andere Sachen hier, am Start, ne, äh, wie gesagt, Holger war jetzt gerade am Wochenende zu Besuch, Holger war auch gerade im Chat, ah, Dennis, äh, war auf dem Paladin, sehr löblich, Holger war im Chat, der war jetzt zum Wochenende zu Besuch da, da habe ich, ähm, zwei Vlogs, zwei schöne Riesenvlogs mit der DJI aus dem Pocket geschnitten, hier durch Washington gelaufen, ein bisschen Spaß gehabt, dann ist ja das letzte Video mit der Hava Air X1, äh, war auch schon ganz cool, ne, äh, Indoor mal benutzt, also das ist auch so ein Gerät, wo ich mich echt, echt auf, äh, ein Update freuen würde, auf eine 2.0er Version, vielleicht hat ja Insta oder DJI auch mal die Ambitionen, sowas zu entwickeln, wobei ich natürlich jetzt überlege, äh, wenn du jetzt eine richtig lichtstarke 360-Grad-Kamera hast, äh, und den Selfie-Stick mehr oder weniger hinter dir her schleifst, oder vor dir her ziehst, dann, äh, dann, äh, hast du ja auch einen ähnlichen Effekt, ne, wie so eine Drohne, die hinter dir her fliegt, du hast aber nie so, immer noch so ein bisschen diesen Weitwinkel halt, ne, dann müsstest du halt wieder die 8K nehmen und ein bisschen rein grobben. Ja, äh, 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 ähm, ich möchte jetzt am Wochenende, gehe ich mal wieder die R3 ausführen, da werde ich mal mit meinem Mitbewohner hier, der übrigens eine Mini 4 Pro hat, die ich auch dann einfach mal teste, die werde ich mir jetzt mal zur Verfügung stellen, da mache ich auch mal ein Out-of-the-Box-Video für mich, äh, und fliege die einfach mal, ähm, also einiges, äh, ist in Mache und ich bin bald auch, äh, kriege nochmal Besuch hier und bin bald auch nochmal für eine Woche in Deutschland, das heißt, äh, das müssen wir alles auf die Kette kriegen, ähm, und es kann also durchaus auch mal sein, dass pro Woche nur ein Video kommt, aber da bin ich ganz entspannt, ähm, ähm, ja, fällt mir gerade ein, danke, danke, danke für mittlerweile, äh, 15.000, äh, äh, Abonnenten, der nackte Wahnsinn, auch da gibt es noch ein Video von mir, äh, ja, wie ich 2017 mit, äh, äh, 5 Abonnenten angefangen, habe erst mal natürlich mit einem Abonnent und die ersten 100 haben so ewig lange gedauert und ich war so stolz, wie ich die ersten 100 Abonnenten habe, jetzt sind wir mittlerweile bei 15.000 plus, äh, das ist schon eine richtig, äh, richtige, richtige, äh, Ansage und da bin ich im Grunde genommen stolz drauf, dass ich auch am Ende den Spaß weiterbehalten habe und auch die Durchhaltekraft, äh, das so durchzuziehen, also die regelmäßigen Videos auf YouTube zu machen, ähm, 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 Moment, ja, äh, danke, und, äh, ja, die R2S kann auf C1 aktualisiert werden, also rezertifiziert werden, das werde ich dann auch angehen, wenn ich in Deutschland bin, weil dafür muss man nämlich die Firmware updaten und die liegt bei mir zu Hause im Schrank und ich glaube, ja, und deswegen bin ich auch ein bisschen, ähm, deshalb bin ich ein bisschen zurückhaltend bei einer Avata, weil ich bin ja nicht der klassische FPV-Flieger und ich, ganz ehrlich, ich würde eine Mavic 4 Classic oder Pro viel mehr abholen wie eine Avata, also, wenn ich sie mal kriege, würde ich gerne mal das machen und damit fliegen und das, meine Einschätzung dazu geben, aber so eine Mavic 4 in Pro oder auch in Normal äh, wäre schon interessant. Ja, Markus, äh, vielleicht mache ich ja mehr Livestreams, nee, Quatsch, Ja, die Mini 1, Guido, die Mini 1 hat ja nicht die Anafi aus dem Baum gerettet, die Mini 1 ist gekommen, als die Anafi für, äh, einfach mal eine Auszeit genommen hat für drei Monate im Baum äh, und ich dann irgendwann auf die Idee kam, äh, sie dann doch nochmal versuchen zu retten und die dann wirklich dann runter bekommen habe von dem Baum und die nach, das war ein Riesending, nach drei Monaten, äh, im Windwetter, äh, dann wieder geflogen ist, also, das war schon eine Sensation. Nein, war ich noch nicht. Äh, ich hatte mich vertan, ich habe keine Nachtschicht morgen, Sven, ich habe Frühschicht, aber das ist genauso schlimm, weil von der Nachtschicht einen Ausschlaftag haben und dann in die Frühschicht gehen, das ist, äh, richtig übles Kino, 4.30, 4.30 Uhr muss ich, muss ich aufstehen. Okay, man muss natürlich Prioritäten setzen, ne, äh, wenn Roni er S4 gekauft hat, ich kann auch nicht alles kaufen, was ich, was ich hätte, was ich gerne hätte, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ein bisschen Pech in letzter Zeit gehabt, uns ist das Auto hier, ähm, verreckt sozusagen, also, wir hätten, wir haben eine größere Reparatur gehabt von knapp 1.000 Dollar und jetzt zu Hause, da wird gerade renoviert unten, da gibt es auch ein paar extra Kosten, aber da wollen wir mal nicht drüber reden, das zieht mich nur wieder runter. Ja, wie gesagt, Arbeit halte ich ja aus Social Media komplett raus, damit bin ich immer gut gefahren, das ist eine komplett andere Geschichte, äh, und, ähm, hier gibt es zwar ab und zu ein paar private Sachen, ne, mit dem Holger, mit der Irish Lady oder so, aber nichts von der Arbeit, und das wird auch so bleiben. Nun kann ich euch sagen, dass ich nicht mehr ewig arbeiten werde, also in zwei Jahren ungefähr, habe ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für YouTube. Ja, wie gesagt, mich treiben da so einige Gedanken, ne, auch, ähm, dadurch, dass die X, äh, hier ein bisschen schwerer geworden ist, äh, wie performt die an dem 3-Meter-Selfie-Stick, wenn, weil sie ja ausgezogen ist, dann ist ja vorne immer der Dünnste, das ist das Dünnste, und dann, äh, bei dem 3-Meter-Stick, da wippt die so ein bisschen, und dann sieht man natürlich, ähm, in der Verlängerung den Stick immer so, und da bin ich mal gespannt, ähm, weil sie ja ein bisschen schwerer geworden ist, äh, die X3 ist ja damals auch schon schwerer geworden, ähm, die hatte keine Probleme, ob sie da nicht vielleicht Probleme hat, wenn der Stick komplett ausgezogen ist, und vielleicht, so waagerecht, äh, gehalten wird, ne, bei senkrecht glaube ich nicht, aber bei waagerecht schon, äh, was haben wir denn sonst noch, ähm, vor hier, lass mich mal überlegen, also wie gesagt, die nächsten Videos, die jetzt kommen, ähm, äh, wird sein, äh, 27 Millimeter, Moment, ich geh's mal gerade holen, äh, so, 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 hier, das wunderbare Wildrocks, 27 Millimeter F1.2 für die Fuji, und, ähm, da, da bin ich auch drauf gespannt, das macht auch ein richtig gutes Bild, und da werde ich auch mal einen kleinen Fotowalk machen, ähm, und, ähm, und oder, gibt ja natürlich auch ein paar Updates, die Action 4 hat ein Update bekommen, äh, da wollte ich mal die Qualität testen, äh, und, äh, die X2S hat ein Update bekommen, die immer hier bereit liegt, ach, weil ich, die nehme ich nämlich jetzt immer, wenn ich spazieren gehe, nehme ich die nämlich hier ungefähr so mit, ne, und die hat ein Update bekommen, Autofokus-Verbesserungen, und, äh, verschiedene Geschichten, äh, Continuous Autofokus wurde verbessert, weil mit dem war ich auch nicht ganz zufrieden, ah, jetzt ist es mal wieder weg, ähm, das Wildrocks 75, äh, boah, würde ich sagen, ähm, eventuell, aber erst, wenn ich in Deutschland bin, ne, ich hab ja vor, ich hab ja schon so vor, ähm, übrigens, da kann ich direkt mal ein bisschen Werbung machen hier, wir werden nächste Woche, äh, wann war's, äh, Dennis, ähm, Dennis ist im Chat, nächste Woche, Moment, ich muss mal gerade auf meinen Terminkalender gucken, Dennis, wann war das? am 25. am 25. um 19.30 Uhr gibt es ein Livestream mit Dennis Weismantel und mit dem Klaus von den Lichtbilderlisten, und da geht es, ähm, 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 um Porträtfotografie für Anfänger, so, ich bin ein absoluter Anfänger, der Klaus hat mich zwar schon mal da ins Haifischbecken geworfen in New York, wo ich da ein bisschen rumfotografiert habe, aber ich möchte mich da schon ein bisschen mit beschäftigen, das ist eine Sache, die mich interessiert, und ich habe als Anfänger so viele Fragen, wie ihr vielleicht auch habt, äh, oder wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt habt, äh, da gibt es so viele Fragen, die ich den beiden, äh, stellen möchte, und die werden die mir beantworten, und damit habe ich natürlich auch zwei richtig gute Porträtfotografen im Livestream, also lasst euch das nicht entgehen, den werde ich auch bald erstellen, dann könnt ihr euch den vormerken, und zwei, äh, äh, sehr unterschiedliche, äh, Fotografen, die sehr unterschiedlich an die Geschichte rangehen, und auch mit unterschiedlichem Werkzeug arbeiten. Ähm, ja, dann da auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag, ähm, 19.30 Uhr, vormerken schon mal, äh, Dennis und Klaus zusammen, äh, das wird auch mit Sicherheit lustig werden, da bin ich mir sicher, nicht wahr, Dennis? So, ähm, was haben wir hier für eine Frage? Ähm, du filmst lieber mit APS-C-Sensor, ich habe überhaupt keine Veranlassung mit Vollformatsensor zu filmen, die XH2S ist ein absolutes Filmmonster, definitiv. Ja, Klaus, absoluter Profi, äh, und macht das ja auch halb profimäßig, und Dennis, äh, macht das ja, äh, auch, ähm, als Beruf, ne, das ist sein Job, und er muss damit seine Brötchen verdienen, und das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ob man so eine Geschichte als Job macht, oder so als, äh, so Nebengeschichte, ne, also das ist, äh, wird auch sehr interessant werden. Okay, tschüss Dennis. Dennis muss mal duschen. Hallo, hopp. Gut, ähm, ja, wie sieht's aus noch bei euch? Haben wir noch, äh, wir sind immer noch mit 45, ich hab noch, äh, wie lange bin ich am Stream? Ich sag mal so, zehn Minuten gebe ich euch noch, dann sind wir unter einer, unter einer Stunde. Tja, die X4. Auch eine interessante Geschichte, wo ich ja eben schon gesagt hab, wären diese Lensguards, weil wenn du diese Sticky Pads auf die alten X2 oder X3 draufgeklebt hast, dann hat man echt schon den Unterschied gesehen, und ich bin gespannt, ob das so ist. Was ich auch übrigens gesehen hab, ist, dass die Lensflares, also wenn man gegen die Sonne filmt, bei der X4 etwas besser sind, wie bei der X3, also überall ist sie verbessert worden, und ich warte noch auf den Pferdefuß dieser Kamera, denn ich finde ja jetzt auch, jetzt der Preis, ich glaub, die X3 ist auch mit so einem ähnlichen Preis gestartet, ist ja jetzt auch nicht, äh, übermäßig teurer geworden, ne? Deswegen, also, sollen wir mal gucken, was so ein amerikanischer, warte mal, gehen wir da mal drauf, Moment, stopp, so, schauen wir mal, was so ein amerikanischer YouTuber, der Jeff Doe, da veranstaltet, weil der ist auch immer sehr viel Outdoor unterwegs, und was man natürlich sieht, jetzt hier bei den ganzen Reviews, außer jetzt beim Amazing Nature Alpha und beim Real Revit, der war auch mal in Lowlight unterwegs, die Leute sind natürlich, und zwar die großen YouTuber, sind alle in extrem geilen Locations unterwegs, und da ist auch immer geiles Licht, und das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Ding, dann sehen die Kameras, die Action Kameras mit ihren kleinen Sensoren natürlich auch immer am besten aus, ne? Wir werden das aber auch hier, äh, im Wald und, äh, bei schlechtem Licht testen. Und wie gesagt, ich, äh, hab so richtig Bock auf das Ding, ich wünsche, ich hätte sie schon in den Händen. Wie gesagt, wer sie kaufen will, ist unten verlinkt. Wage ich mir gar nicht zu sagen. 8K 30, sehr gut. Äh, das kann ich jetzt natürlich nur beurteilen, wenn ich jetzt hier auf mein Macbook gucke, das in 4K auflöst, und wenn ich jetzt mal sehe, also ich kann euch das nur so mitteilen, mach mal ein bisschen heller, dann sieht man sehr, sehr wenig Artefakte. Also man sieht sehr, sehr wenig Artefakte. Gut, bei der Aufnahme würde ich jetzt mal sagen, ist es nicht ganz so entscheidend, weil die noch sehr weitwinklig ist, aber wenn man näher rankroppt oder reinzoomt, dann ist es doch, so, das ist jetzt, ja, da ist immer noch der, da ist immer noch so die Erde gewölbt. Ich habe ja ganz gerne diese normale Ansicht, die werde ich auf jeden Fall sehr oft testen, diese Vlog-Ansicht. Also noch, also sozusagen natürlicher, also so ein normaler 16 zu 9 Frame, hier ist doch sehr, sehr viel Weitwinkel drin, und viele mögen diese gebogenen Geschichten nicht. Da wird man ganz sicherlich den Unterschied sehen. Wir werden da die X3 gegen die X4 antreten lassen, definitiv. Hm. Ja, Guido, machet gut. Da zeigt er mal gerade das Insta C60 Studio, wie man dann reframen kann und sich ja alles Mögliche aussuchen kann. Ich meine, diese Ball-Effekte, diese Little Planet-Effekte sind immer mal ganz nett, aber da kann sie auch nicht zu oft benutzen. Ja, das ist, das ist jetzt, glaube ich, guck mal, das ist jetzt ziemlich gerade gezogen. Das sieht echt gut aus. Also was ich jetzt hier zumindest auf meinem MacBook sehe, ja, und jetzt zoomt, zoomt natürlich, ja, das ist sehr detailreich. Boah, das sieht schon gut aus. Da hatte ich echt Bock, mal in Shenandoah Nationalpark hier zu fahren. Ich glaube, das werde ich auch machen, wenn ich die Kamera bekomme. Dann mache ich mit euch den Sky High Drive durch den Shenandoah Nationalpark. Jetzt guck mal, jetzt geht er nah ran. So, jetzt hat er, okay, jetzt sieht man allerdings, dass es ein bisschen ausgewaschen ist, weil er doch ganz schön reingezoomt hat. ne? So, das sieht jetzt, okay, da kann man jetzt mal sehen, wie weiter reingezoomt hat. Also ich würde mal sagen, bis jetzt so, das kann man nutzen, ist ein bisschen, bisschen blurry. Hm, ja, das sieht man halt so gut hier. Wenn man richtig weit reingroppt, dann, dann ist das, ist das halt so. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Der Juster ist auch gerade, Juster Schmidt ist auch gerade am Stream, sehe ich gerade. Wir nehmen uns gerade gegenseitig die Zuschauer weg, aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, man kann das auch im Nachhinein noch gucken und ich mache auch nur die Stunde voll. So, was haben wir denn sonst hier? Just, I Justine. Und da ist ein neuer, ich könnte mal bei den Mark reingehen. Hier wird natürlich amerikanische Werbung gezeigt, weil ich in Amerika bin. Tonaufnahme, wasserdicht, Linsenschutz, Streuung, starten, Videoqualität im Vergleich. Mal gucken, was er da hat. Oh, hier sieht man schon einen Unterschied, auch in der Dynamik. Ja. Ja, ja. Der Markarzt. Da sieht man auch mal ein bisschen so den Unterschied, den Größenunterschied. Ja, da kann man schon, da sieht man schon, also wenn jetzt alles gleich eingestellt ist, das ist wichtig, wir müssen alle gleich, die Parameter, wir müssen alle gleich eingestellt sein, sonst wäre der Vergleich halt, wäre der nicht da. Okay, hier kannst du, ja, ja, da kann er, da ist ein bisschen Final Cut am rumspielen. Linsenschutz, gucken wir uns den Linsenschutz mal an. Ja, bei sowas, ne, wenn man da irgendwo gegen ballert, dann hat man schnell die Kamera mal verkratzt. Linsenschutz ist dann drin, dann macht man die drauf, so, und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Hat er da Probeaufnahmen? Ne, hat er keine Probeaufnahmen gemacht mit dem Linsenschutz? Tonaufnahme, Wasserdicht, Benutzermodi und so weiter und so fort. Jo, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf meinen Kanal und gucken mal die aktuellen Videos, die hier drauf sind. Ja, ich würde sagen, das muss es oder das kann es bis heute, für heute gewesen sein. Nochmal vielen Dank, Leute, für 15.000 Abonnenten. Da wird es noch irgendwann mal so ein Video geben. Ich habe mir schon ein paar Sachen zusammen geschrieben. wo ich auch ein bisschen auf YouTube eingehe und dass YouTube einem doch einiges zurückgibt, auch, sage ich jetzt mal, im hohen Alter, nein, im hohen Alter vielleicht nicht, aber wenn man älter ist, hält YouTube durchaus fit. Das ist eine steile These, aber das ist so und das werde ich euch dann auch erklären und wie so meine 15.000 Abonnenten alles so entstanden sind, da werden wir uns mal gemütlich zum Kaffee oben bei mir auf die Terrasse setzen und ja, wie gesagt, das nächste kommt jetzt am Wochenende die Vlogs hier aus Washington mit Holger, dann werde ich mit der Drohne fliegen und hoffentlich habe ich dann bald die X4 auch hier am Start. Immer noch 43 Leute online, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte jetzt in die Kommentare rein, während mein Frosch wiederkommt. Sonst würde ich einfach sagen, Leute, ich freue mich, dass ihr dabei wart, so spontan, immerhin in der Spitze, glaube ich, über 50. Vielleicht wird sich der eine oder andere das Video noch mal im Nachhinein angucken und schreibt doch einfach in die Kommentare auch eure Gedanken zur X4 und schreibt doch vielleicht in die Kommentare, was ich explizit testen soll, wenn ihr spezielle Wünsche habt. Kann ja sein, dass einer sagt, ich habe den und den Anwendungsfall und deswegen würde ich mir die X4 kaufen und dann würde ich doch gerne mal das ausprobiert haben. Das könnte ich natürlich vielleicht auch leisten, da ich ja jetzt Zeit habe mit dem Review und keiner, sozusagen keinen Zeitdruck unterlegen bin hier. Leute, macht's gut, haut rein, wir sehen uns das nächste Mal live, dann nächste Woche mit dem Dennis und dem Klaus und macht's gut, haut rein und tschüssi und dann beenden wir den Stream und nochmal vielen Dank an den Chat.